Jo liebe Leute, herzlich Willkommen zum Bus Simulator 21. Wir sind immer noch dabei die Routen aufzuarbeiten und abzufahren und was auch immer. Kurti Busch, Greenwood. Ich muss die Routen erinnern. Hat deine Gründe warum? Halt, das war ein Plan. Die Freemann Street brauchen wir nämlich. Kurti Busch, Rote 34, alles klar. Dann nehme ich die nämlich raus, die Rote 34, weil wir müssen ja noch was ändern. Genau, dann nehme ich die raus. So, gut, planmäßig war jetzt tatsächlich noch ein paar Sachen zu ändern und zwar, warum was denn die Mission? 23. Ne, äh, da ist Kürtebrüche, äh, Greenwood auf 3. Wir müssen nämlich noch ein bisschen die Routen erinnern, weil es ein bisschen, ja, widersprüchliche Sachen gibt. Ich nutze, ich nutze jetzt quasi kurz die Zeit. Jetzt können wir nicht die Freemann Street mit rein gehen. Und das heißt, wir haben jetzt als nächstes die Abteilung Greenwood. Also wir fangen an hier oben in Coyote Busch North. Und dann fangen wir an, hier oben in Coyote Busch North. Und dann fangen wir an, hier oben in Coyote Busch North zu fahren. Warte mal, wo willst du jetzt? Du kommst ja von da. Ach, du Zeckel, du bist da unten. Du willst da unten lang. Das ist mir verarscht, doch nicht. Warum? Zur Hölle. Wir fahren so andersrum. Wir fahren so andersrum. Ich, klar, wir starten hier oben. Ich weise. Weich? We NESKoll! Wir haben... Verbundene Routen 2 von 2. Warum bist du da jetzt? Warum bist du so...? Warum bist du so...? ich will doch nur ein leben schon was ist jetzt komplett löschen oder was kürt die bush greenwood also darstellen ich will dich dazu packen ich will nicht dazu packen unterstellt warum ach die kürze kopf und ok hat die geschichte kopf und alles klar gut aber warum sind die ich will doch jetzt darf es Elm Street ist mit drin. Apple Farms Walk ist mit drin. Greenwood High School ist mit drin. Die Freeman Street ist mit drin. Second Street. Ich bau die jetzt. Ich mach das gerade übrigens kompliziert. Jetzt wird es aber gut. Greenwood Field. Second Street ist die mit draußen. So, da mit rein. Tilton Avenue ist mit drin. Red Quarter ist drin. Greenwood High School ist mit 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 Kittling walk. ... mit Leinbach High School ist im West-Rotekon. Gut. Änderung. Übernehmen. Warte mal, wir müssen es. Greenwood und Coyote Boy schaffen. 5. Sorry, dass das ein bisschen zu kompliziert ist. 48 mit rein. Als gute. Gut. Änderung. Übernehmen. Nein. So. 48. Baf. Fahren. So. Mein Gott, ey. Das ist ein bisschen kompliziert gerade alles. Tut mir leid, dass das jetzt alles so ein bisschen gedauert hat. Okay, ich bin hier unten. Okay, ich bin hier unten. Okay, ich bin hier bei meinem. Waren wir dann mal lieber raus, damit der Rollstuhlfahrer da mit rein kommen. So. Du solltest aber nicht ganz hinten stehen, Kollege. Du solltest du zumindest hier vorne stehen. So. Nächste halte Stelle ist Greenwood Fields. Ich bin jetzt einfach der... Ich bin jetzt einfach aus zeitlichen Gründen hier gestartet. Fahre man nämlich aus Greenwood ab und kurz die Brüche übernehmen. Aber kurz die Brüche ist ja so ein bisschen noch... Ist ja noch ein bisschen weiter weg. Das müssen wir leider auch noch mitnehmen. Da fehlt noch eine alte Stelle. Aber wir haben zumindest in dieser Aufnahmesession unterhand im Coyote... Äh, Gold Island abgearbeitet. Auch die ganz, ganz wichtige. Aufgabe, dass wir das Thema durch haben. So. Weil das Thema hier und wir mal raus durch haben. Dann haben wir nämlich Greenwood auch weg. Und dann haben wir auch oben. Die Brüche wird aber zwei neue Haltestellen weg. Und sind dann schon wieder in Richtung Landesinnere unterwegs. Und das ist jetzt... Jetzt wird es langsam. Es wird sehr langsam. Und es wird... Moit. Greenwood Fields. Greenwood Fields. Auch die kann man nämlich jetzt auch sagen. Greenwood Fields. Das kann nämlich jetzt auch aus der Haltestelle rausgehen. Diese Woche brauche ich mehr als eine. Ja, das machen wir mal gleich. Greenwood High School East. Greenwood Fields. Greenwood Fields. Das neue italienische Restaurant. So. Gut. Äh... Seniorenteckel. Hier geht einfach auf der Karte. Drei Stück. Was sind's? Ich habe es tatsächlich sogar schon geschafft, von meiner Lieblingsband, Leute schon auf der auf der straße zu treffen die habe ich ja nur halt begrüßt dann war es okay wo ist ja nicht anfangen wo ich mich beden mitglieder oder was auch immer welche stars ja weltmitglieder halt so zu belagern ich wüsste schon das thema mit der musik doch was die brauche jetzt damit war jetzt auch ein bisschen ich fahre fernlicht ja ich habe die nächste die aus ja das kannst du ja ganz gut mein verkater perfekt ich hoffe ich bitte eine fahrkasse haben danke die frau ist hier gesprochen die da vor mir schon aber gut ich habe gesagt das ist das nächste thema so second street second street auch was gewollt werden und wir sind level 101 wir sind fast 2,7 millionen hatte mal da locket irgendwann mal die tür nichts über eine schöne tassen die arbeiter so jetzt müssen wir hier rechts wahrscheinlich ja dann links hier noch zu zweig gefahren so greenwood high school east so dass wir natürlich da ganz hoch müssen doch so 56 und 7 liegt bei der alle ich dachte ich hätte schon eine haltestelle wieder zum ausbauen tageskarte 2 eine fahrkarte bitte so senior ticket tageskarte ich brauche eine fahrkarte so aber da kommen wir die ich jetzt ausbauen so eine fahrer hier rechts zur 6 ja gut das ist jetzt mal hat sich jetzt überlagert ich brauche einige fahrkarten bitte so 380 zurück eine fahrkarte bitte okay 250 250 260 so nächster ist hier rechts die firmen suite die müssen wir glaube ich jetzt gerade hochbauen ich habe es war fast gedacht dass ich diese scheiß necke ich erwische das ist aber auch ganz 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 blöde ecke das ist ja das ist doch die alte stelle ja was sie da zu vorne sind ich warum darf ich nicht ausbauen die firmen sich so häufig dann soll ich so häufig genutzt ich habe jetzt auch die haltestelle mit ok dachte ich werde ich hätte jetzt die alte stelle genutzt so nix an der stelle ist die kittlenburg hat schick aus so so kürt die bush wieder zurück ich bin froh ich das auch abgearbeitet hat dann war nämlich der nächste stadtteil weg aber ich habe jetzt müssen die vorfahrt genommen muss ich gerade sagen aber es hat ja gerade so umgepasst so kennt den borg das ist ja auch glaube ich hier stücke oben ja das genau das gehört nicht mehr zu kriegen wird das geht wieder zu kürt die bush glaube ich das ist quasi das ist der ausläufer hier noch so häufig habe ich die wisse nur hin bitte tageskarte ich bin jetzt auch schon bei 18 minuten hier so alle alle leute rein weil er die reise nichts halte ich würde sagen kürt die bush noch jetzt haben wir die ganze reise gerade hoch ist das habe ich die ganzen weg in morgen da hoch aber ich muss diese eine haltestelle mitnehmen weil die aufgewertet werden muss ich glaube ich habe das das ist doch spieler wird auf 3 32 die dauert auch wie sie wissen wir die jahre so jetzt genau hier die hülle auf der stange hinten sitzen und schwarz war was schon war es schon ja ja einer einer hatte keine kürze verkauft ja das ist ein ganz schön schick da hoch so jetzt geht es doch schön das ganze stück da hoch aber wir sind jetzt schon da so und die blotter alle mal aussteigen jetzt auf die stelle 90,0 prozent mittlerweile so fahre ich das ding jetzt auch zurück nach ich fahre nicht über die autobahn das wäre die autobahn und ja dann fahren wir das stück gut ich wollte gerade sagen wir fahren über die autobahn nichts alles ist die six suite er schickt es jetzt komplett über die autobahn sich gut ja so ist richtig ja ich dachte und den direkt weg es fällt wahrscheinlich noch ein zwei folgen bis wir die hier oben aber greenwood auf fünf dann haben wir die mission abgeschlossen zwei mission und dann ist die letzte mission halt nur noch die vierte stadt auf der und auf alle stadtteile so wird noch mal nicht mehr lang dann geht es in der nächsten folge mit diesem rötchen hier weiter das wäre noch machen das ist ja noch aufwerfen hier unten im gebiet wird müssen wir noch ein bisschen aufwerfen und dann da oben hier dann haben wir so alle einfach rot durch ich hoffe dass wir dann alle durch habe ich gucke immer nach wenn ich einen starten abgeschossen habe dass ich alles auf fünf habe ich glaube wir haben ja die stadt die 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 stadtteile auf fünf als die halte stellen ob da ich morgen wieder gar nicht gesehen ich muss jetzt hier oben lang weil ich brauche doch ich mutter aber auch eine schöne enge kurve hier dann geht es jetzt hier rechts wieder hoch Klappe oh Alter jetzt ist das ein Eck hier der hält aber grundsätzlich sicher auch die 30 doch sie müssen da oben durch das war jetzt der Kollege hier für die Route Greenwood die hat sich ja hoffentlich ein bisschen was er an den halte stellen abnimmt und so häufiger mit die fahre müssen sie selber fahren das ist das problem aber ich lasse jetzt einfach drin jetzt ist es würde könnte auch löschen so jetzt ist die wegseite schon da oben gleich da schon durch das ist eine ganz schöne stricke muss ich sagen weil wir so quasi jetzt leerfahrt von 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 links darunter fahrt verkürte brüchers das zieht sich das ich bin froh wenn ich das Thema dann immer durch habe also ich bin fast durch die auf fünf hoch gehen muss die haben wir jetzt auf drei das spricht auch zweimal wahrscheinlich gut liebe Leute in der nächsten Folge fahren wir die Route noch einmal bei und bei bei Bis zum nächsten Mal.